Hallo alle zusammen und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Let's Play Pokémon Alpha Saphir. Im letzten Part haben wir Camillo auf die Mütze gehauen und sind hier am Strand von Grafipod City angekommen. Die Pause ist vorbei, wir wollen mal im Strandhaus vorbeischauen. Uh, also früher war das quasi ein Raum mit so ein paar Tischen und drei Trainern. Einen kleinen Planscher, einen Schwimmer und dieser Dame da oben. Aber dieser Anbau da links, der ist neu. Finde ich cool, dass die sich so ein bisschen vergrößert haben. Mal gucken, ob das dann da links auch Trainer sind. Das weiß ich jetzt natürlich nicht. Finde ich aber wie gesagt ganz schön, dass sie das Strandhaus so ein bisschen vergrößert haben. Du bist zwar ein Normal-Pokémon, ich mache trotzdem Megasauger. Aber das ist auch so ein Phänomen, dass Azuril ein Normal-Pokémon ist. Es sieht voll aus wie ein Wasser-Pokémon. Es wird zu einem Wasser-Pokémon, aber nein. Beziehungsweise Wasser-Fee, aber ne. Keine Ahnung. Genau wie Azuril ja auch. Ich weiß nicht, ob das nur früher so war oder ob es immer noch geht. Das konnte ja bei der Entwicklung zu Meryl sein Geschlecht ändern. Weil, keine Ahnung. Da wohl irgendwer nicht aufgepasst hat. Huch. Dieser Zoom gerade auf Knirls Gesicht war ein bisschen creepy. Aber gut. Ich freue mich auf jeden Fall sehr auf Grappiport City. Ich habe ja im letzten Part schon gesagt, ich liebe diese Stadt und... Ja, ich weiß nicht. Ich mag so diese ganze Farbpalette. Es ist wie so eine kleine Hafenstadt einfach und... Da ist ja auch ein großer Marktplatz. Ich bin gespannt, wie sie das hier umgesetzt haben. Ach, das war's schon. Okay. Das war Trainer Nummer 1. Sie haben es auch so schön bunt gestaltet, finde ich persönlich. Kann ich da? So. Hi. Wenn du das auf einen heißen Kamm fährst, bist du bei mir genau richtig. Mit den Schwimmreifen da. Ich meine, sie hatten, glaube ich, in Rubin's Afersmaragd auch so ein paar Schwimmreifen an der Wand. Also da war es auch schon so ein bisschen bunt. Aber da war ja auch alles irgendwie ein bisschen kleiner. Ja, deswegen ist schon sehr, sehr schön. So, Tantara finde ich jetzt natürlich nicht ganz so lustig. Ähm. Ich möchte dich ehrlich gesagt nicht unbedingt aussaugen. Im Übrigen habe ich, ähm, Giftspitzen, okay? herausgefunden, erfahren, wie auch immer, dass man Tarnhell tatsächlich keinen Spitznamen geben kann. Das habe ich mir am Anfang schon leider gedacht, aber ich hatte ja gehofft, vielleicht, eventuell. Aber nein, man kann Tarnhell keinen Spitznamen geben, weil es einfach irgendwo ein Event, beziehungsweise Tausch-Pokémon ist. Natürlich haust du dir selber eine rein. Das hättest du wohl gerne. Tarnhell. Ähm, auf jeden Fall ist das ein bisschen doof, weil dann werden 500 Teammitglieder Spitznamen haben und Tarnhell nicht. Aber gut, es tanzt sowieso ein bisschen aus der Reihe. Es ist shiny, es kriegt spezielle Punkte. Es hat so ein paar Attacken, die ein bisschen gemein sind. Hat es eben keinen Spitznamen. Ist ja auch nicht so schlimm. Wir haben Tarnhell trotzdem genauso lieb wie alle anderen. Nur gut, es hat dann eben keinen Spitznamen. Ich denke, es ist aber nicht weiter schlimm. Und da fällt mir ein, wir wollten Chris noch knuddeln. Damit es, ähm, nicht zum Killerknilz mutiert, weil es keine Liebe bekommt. Da war was. Ich liebe diesen Zen-Kopfstoß, wenn er einen trifft. Ach komm schon. Also Tarnhell hat es heute nicht so ganz mit dem Treffen. Erst hat es immer sich selber getroffen und dann hat es gar nicht mehr getroffen. Aber gut. Dann werde ich jetzt mal eben ganz kurz mich hier hinsetzen. Und Chris hier reinpacken. Wir wollen ja niemanden benachteiligen hier. Hallo. Ach Gott, es ist so niedlich, wenn es sich freut. Es guckt eigentlich immer so grimmig, aber... Knuff, Knuff. Oh, wie süß. Oh, wie ist diese... Ja. Ne? Diesen unteren Teil von seinem Pilzkopf so hochgeschwungen hat. Ich weiß nicht, wie soll man diese Dinger nennen. Ähm. Guck mal, du kriegst ganz viel Schoki. Oh, sieht das... Oh Gott, dieses Gesicht. Ja, ja. Nom, nom, nom. So süß. Ach ja. Pokémon Ami ist schon lustig. Okay, dich will ich auch noch bekämpfen. Langweilige Kämpfe sind reine Zeitverschwendung. Es sind die leidenschaftlich feurigen Kämpfe, die Trainer Pokémon weiterbringen. Naja, die langweiligen Kämpfe bringen auch Erfahrungspunkte, so ist das ja nicht. Schönheit Cordula, oh Gott. Mit Goldini. Ob das Ding schnabeln kann? Solange es nicht das Hornbohrer Goldini aus Pokémon Platin ist, ist alles gut. Das kann Dreschflegel. Na gut. Und jetzt kann es schlafen, finde ich auch gut. Also Knilz kann ja auch noch andere Fähigkeiten haben, ich weiß gar nicht. Auf jeden Fall kann es Aufheber haben, was natürlich auch mega cool ist, weil es dadurch KP regeneriert, wenn es vergiftet ist. Aber ich sag mal so, ich finde, dass Aufheber die coolere Fähigkeit ist. Ganz klar. Aber fürs normale Durchspielen finde ich diese Fähigkeit eigentlich ziemlich blöd, weil wann bist du mal vergiftet? Ich meine gut, wenn ich irgendwann mal ein Toxic Orb bekomme, klar kann ich es dann Knilz oder Karpels geben und kann mich dann auch immer heilen. Aber zum einen weiß ich nicht, wann ich den mal finde und zum anderen weiß ich nicht. Also klar, ich finde wie gesagt auch, dass Aufheber ziemlich cool ist, aber fürs normale Durchspielen bevorzuge ich dann doch eigentlich Sporen wird. So. Hallo. Ich warte hier schon ewig auf mein Essen. Das verhagelt meine Laune aber mal richtig. Diese Musik gerade, als wenn die Welt untergehen würde. Halbstarke Kati. Hm. Mit Zubiris. Zubiris hätten wir, glaube ich, auch in der Granithöhle fangen können. Wie viel Schaden mache ich dir? Und ich glaube, in Omega Rubin hätte man dann Flunky verfangen können. Mhm. Oh, weiter mit Megasauger, das passt schon. Also ich bin nicht so der Fan von Zubiris, muss ich sagen. Ich weiß nicht, das ist mir so unsympathisch. Vor allem seit PMD irgendwie. Die Mega-Entwicklung ist ganz cool, aber macht es für mich jetzt irgendwie auch nicht unbedingt besser. Ich weiß nicht, ich bin nicht so der Fan von Zubiris. Ich meine, es hatte damals natürlich eine Typkombination, die keine Schwächen hatte, bis der Fehlentyp kam. Aber ich weiß nicht. Ich fand Krüppug dann irgendwie immer cooler mit der Typkombination. Und wenn ich mich zwischen Zubiris und Flunky verentscheiden müsste, egal ob mit oder ohne Mega-Entwicklung, ich würde, glaube ich, immer Flunky vernehmen. Weiß nicht. Ist so Geschmackssache. Okay. Und wir sind sogar wieder voll. Perfekt. Ich will was essen. Also ich habe gerade gefrühstückt. So, du hast noch 15. So. Und du? Hey, Duda, was schaust du mich so komisch an? Du willst doch nicht einfach mein Eis klauen? So ein Eis wäre schon ziemlich geil. Nicht direkt nach dem Frühstück, wie bei mir jetzt, aber so allgemein. So ein Eis. Eis geht immer. Von daher gesehen. Das ist jetzt natürlich ein bisschen... Na. Es ist so halb doof. Okay. Hätte nicht gedacht, dass das reicht. Kalivana. Ja, passt schon. Ich glaube, er mag Unlicht-Pokémon. Ih, du kannst Biss. Ups. Also, dass es nur Unlicht-Hacker kann, war mir schon irgendwo klar. Ich hätte nur irgendwie gedacht, es kommt nicht mehr dazu. Naja. Das verschwindest du eben jetzt. Morabbel ist ganz schön groß. Aber gut. So, das waren alle Trainer. Ich bin der Besitzer des Strandhauses. Du kannst zu Mr. Mare? Oder Meer? zu mir sagen. Ich liebe nichts mehr als heiße Pokémon-Kämpfe zu sehen. Zeig mir, wie heiß dein Herz lodert. Wenn du alle Trainer besiegen kannst, werde ich dich belohnen. Habe ich getan. Das waren wirklich brandheiße Pokémon-Kämpfe. Ich bin mehr als zufrieden. Als Dankeschön möchte ich dir ein Geschenk machen. Hier hast du sechs Flaschen Sprudel. Dankeschön. Die kann man immer gebrauchen. Kann ich eigentlich hier auch kaufen? Achso, ich kann hier immer nur eine Flasche kaufen. Das ist ja doof. Dann kaufen wir aber noch eine. Dann haben wir acht. Ich hasse das, wenn man sowas immer einzeln kaufen muss. Das ist so nervig. Huch. So. Ich weiß nicht, ob hier noch Trainer kommen. Dich hatte ich, dich hatte ich, dich hatte ich. Euch hatte ich. Dich hatte ich. Du bist, glaube ich, kein Trainer. Das Wasser in diesem Breiten ist sauber. Aber manchmal sammle ich zusammen mit meinem Zickzacks den Müll am Ufer auf. Verschmutztes Wasser wird zu Regen und gelangt in die Flüsse, in denen wir Trinkwasser gewinnen. Verschmutzen wir das Meer, bekommen wir also den Schmutz wieder zurück. Das ist richtig. Ich glaube, das waren auch alle Trainer. Die hatte ich ja auch schon. Huch. Was ist da noch? Oh, das ist noch ein Item. Dann sind wir am Strand auf jeden Fall fertig. Und jetzt bin ich mal sehr, sehr, sehr gespannt auf Grafiport. Und ich könnte vielleicht auch Pokémon Ami da unten wieder wegmachen. Fällt mir gerade so ein. Okay, dann wollen wir doch mal. Hallo, Grafiport City. Oh, die schöne Grafiport Musik. Ich liebe sie. Ich würde sagen, wir suchen erstmal das Pokémon Center und dann schaue ich mich hier mal in Ruhe um. Ich finde den Weg hier total schön von den Farben her. Richtig passend. Ah, das ist Pokémon Center. Oh, ich liebe Grafiport. So eine schöne Stadt. Dann können wir uns erstmal in Alarou umschauen, denn letztendlich sollen wir immer noch zu der Werft und dort die Devon-Waren abgeben. Hi. Ich habe einen Tipp für dich. Es ist echt wichtig, viele verschiedene Arten von Pokémon zu trainieren. Ein einzelnes starkes Pokémon reicht nicht, aber es ist eine gute Mischung. Das habe ich schon mitbekommen. Ähm, hier sind nur zwei Leute. Du tauschst doch bestimmt auch manchmal Pokémon. Wenn ich per Tausch ein Pokémon bekomme, dass ich das ein Item träge, bin ich am Ende immer doppelt so glücklich. Ja, das ist immer schön. So. Ähm, ich renne mal wieder nach ganz unten, dann können wir da anfangen mit dem Erforschen. Da sind wir reingekommen. Dann nehmen wir doch zuerst mal den Marktplatz unter die Lupe. Markt von Grafiport City. Einzigartige Items, die es nirgendwo sonst gibt. Das klingt doch schon mal schön. Ich liebe diesen Marktplatz. Kennst du die T-M-Attacke Geheimpower? In unserer Gruppe ist sie extrem beliebt. Eines unserer Mitglieder wird sie dir schenken, sobald du ihm irgendwo begegnest. Komm dann auch unbedingt mal hierher. Wir werden dich dann als Mitglied aufnehmen und dir insgeheim tolle Sachen verkaufen. Das sieht irgendwie aus wie Teppiche oder Tapeten oder so. Das ist cool. Oh, Blumen. Schön. Oh, ich will diese Puppe haben. Ähm, bei mir kannst du bald herzerliebste Puppen kaufen. Achso, das ist also auch, wenn ich Geheimpower habe, kann ich da Puppen und da vermutlich Teppiche kaufen. Okay. Was gibt's hier? Fähre ist mit etwas wohlriechendem Rauch. Ähm. Achso. Sowas. Ist zwar ganz praktisch, aber doch ein bisschen teuer. Immer, wenn ich hierher komme, vergesse ich mich und kaufe viel zu viel ein. Das kann ich gut verstehen. Das wird, glaube ich, auch passieren, sobald ich Geheimpower habe. Ich finde es auch cool, dass die Zelte alle anders aussehen, auch mit der Beleuchtung hier und dem Symbol da oben. Nanu, dein Trassler. Du musst dich doch mehr anstrengen. Dann gebe ich deinem Pokémon noch ein schönes Geschenk. Okay. Ich bin der Statuswerte-Guru. Meine wahren Kubbeln, das wachsen deiner Pokémon an. Ah, okay. Ach, ich liebe diese Musik hier, die ist so toll. Was sagst du? In Höhen ist man zu Recht stolz auf die Fülle von natürlichen Schätzen, die einem das Meer bietet. Besonders das Seegras hier in der Gegend sieht so unglaublich frisch, ja fast schon lebendig aus. Man könnte meinen, dass es sich gleich aufrichtet und angreift. Hoffentlich nicht. Und du? Willkommen in meinem TM-Stand. Oh, was hast du denn schönes? Klauenwetzer, Donnerwelle, Käfertrutz, Vertrauenssache. Cool, ob der immer die gleichen hat oder ob das auch variiert. Muss er mal im Auge behalten. Hier kann man während des Einkaufs die salzige Meerbrise genießen. Haar, ist Grafipozitin nicht ein toller Ort. Oh ja. Oh ja. Okay, das war der Marktplatz. Dann müssen wir auf jeden Fall später noch meinen, wenn wir Geheime Power haben. So. Pokémon-Fan-Club für alle Pokéfans weltweit. Okay. Uh, wir laufen ganz schön viele Pokémon rum. Was meinst du, mögen es alle Pokémon, wenn man Itaps auf sie anwendet? Mein Pokémon hat sich zumindest sehr gefreut, als ich ihm Protein gegeben habe. Was zur Hölle ist mit diesem Pikachu passiert? Also, ich habe ja nichts gegen das alte, etwas dickere Pikachu, aber was zur Hölle. Ahem, ich bin der Vorsitzende des Pokémon-Fan-Clubs, damit bin ich natürlich die wichtigste Person hier. Keiner kann mir im Umgang mit Pokémon das Wasser erreichen. Und in jedem Wettbewerb bin ich natürlich der Sieger. Aber wenn ich immerzu gewinne, schmiert das leider den Spaß der anderen. Deshalb gebe ich mich nur damit zufrieden, die Pokémon anderer Leute zu beurteilen. Es ist toll zu sehen, wie andere ihre Pokémon trainieren. Das zufriedene Gesicht eines Pokémon, wenn es gut behandelt wird. Also, was die Wettbewerbe angeht, die gibt es hier natürlich auch wieder. Und ich habe auf jeden Fall auch vor, daran teilzunehmen. Der Pokémon betet dich geradezu an. Oh, okay. Nimm mich. Also, ich möchte auf jeden Fall die Wettbewerber auch ausprobieren, weil was ich davon gesehen habe im Vorfeld, das sah echt ziemlich cool aus. Und ich mochte die eigentlich schon immer. So. Ihr noch irgendwas Interessantes zu sagen? Es heißt also, Kathi? Ich habe eine Idee. Ich mache nämlich gerade eine Umfrage zum Thema Pokémon fürs Fernsehen. Äh, klar. Du kümmerst dich wirklich liebevoll um deinen Trassler. Wenn du es mit etwas vergleichen würdest, das du magst, was wäre das? Oha. Womit vergleiche ich denn bitte schön Kathi? Das ist irgendwie eine sehr gemeine Frage. Hm. 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 Was? Hm. Das ist wirklich gemein. Wie viel Platz habe ich? Äh, das könnte passen. Was Kathi nämlich sehr gerne macht, wenn sie zur Uni kommt, sie bringt Pfannkuchen mit. Und deswegen vergleiche ich sie jetzt mit einem Pfannkuchen. So. Ich finde, das ist eine sehr kreative Antwort. Aha, verstehe. Hm. Oh ja, vielen Dank, dass du dich zur Verfügung gestellt hast. Ah. Hatte ich dich jetzt schon angequatscht eigentlich? Kennst du das Pokémon? Ja, ich sage Koifwaf, aber richtig heißt es ja Koifwaf. Nee, ich kann diese, nein, diese. Nein. Ich kann diese Aussprache irgendwie nicht akzeptieren. Das geht nicht. Okay. So, da war das Pokémon Center. Was steht denn hier Schönes? Grafipod City. Der Hafen, an dem sich Menschen, Pokémon und Natur begegnen. Sehr schön. Geh mal hier weiter hoch erstmal. Hi. Wenn du die Spitzen deiner Pokémon ändern willst, solltest du den Namensbewerter besuchen, der gleich dort drüben wohnt. Haus des Namensbewerters. Ja gut. Den von Tunnel kann ich sowieso nicht ändern, von daher gesehen. Yeah, darauf habe ich lange gewartet. Pokémon-Werbewerbe live. Ich werde mit Sicherheit teilnehmen. Aber vorher muss ich ein paar Pokémon fangen. Wäre nicht schlecht, das sieht übrigens sehr cool aus. Pokémon-Wettbewerb live. Wendet euch an und lasst es krachen, Pokémon und Trainer. Ich glaube, da gehe ich mal ganz zum Schluss rein. Wer weiß, ob da nicht noch irgendwas passiert. Sag mal, weißt du eigentlich, was ein Poké-Regelset ist? Yep, das weiß ich. Dachte ich es mir. Das ist einfach unerlässlich für jeden Trainer, der in einem Pokémon-Wettbewerb teilnimmt. Ja, das stimmt. Am Anfang geht es noch ohne, aber später wird es schwierig. Hafen von Grafipod City. Die Fähre MS-Tide wird momentan in der Werft gebaut und ihren Dienst aufnehmen, sobald sie fertiggestellt ist. Oh, schöner Kameraschwenk. Die Werft ist auch so ein bisschen größer geworden. Oh, das sieht ja sehr cool aus. Eine Reise zum Meeresboden. Ich frage mich, wie es dort wohl ist. Eines Tages möchte ich auch mal so tief unter Wasser eine Erkundungsreise machen. Ich wäre gerne mit Captain Brick auf die Expedition zum Meeresboden gegangen, aber das Tiefsee-Forschungs-U-Boot ist zu klein für mich. Ich könnte mich ja reinquetschen, aber dann hätte der Kapitän keinen Platz mehr. Das wäre ein bisschen schlecht. Kann ich mich hier hinsetzen? Ach ja. Ne, die Werft haben sie echt schön gemacht. Muss ich sagen. Wolltest du auf die Fähre? Tut mir leid, die steht momentan nicht zur Verfügung. Ja, wenn die noch gebaut wird, dann ist das wohl ein bisschen schlecht. Das stimmt. So, das war der Hafen von Grafipod. Da ist der Markt. Ja, gut. Die stehen hier wieder so ein bisschen Schlange. Lange Schlangen. Das erinnert mich an die Zeit, als ich ewig und drei Tage vor einem Laden anstand, um mir die heißesten angesagten Spiele zu kaufen. Der Typ gefällt mir. Warum stehen wir hier eigentlich an und bezahlen? Wir sollten uns einfach vordrängeln und reingehen. Ich finde, ich falle gar nicht auf in der Reihe, oder? Also so gar nicht. Was ist dort drüben? Diese lange Schlange. Hi. Wir von Team Aqua sind Einzelgänger. Wir treffen uns immer erst am Einsatzort und gehen danach wieder unsere Wege. Okay. Hey, Duda, hör auf zu drängeln. Stell dich gefälligst hinten an. Okay. Der Typ, der das Museum gebaut hat, ist gleichzeitig Leiter eines Tiefsee-Forschungsteams. Ah. Okay. Ich komme später darauf zurück. Äh, dich hatte ich noch nicht. Hältst du ein Pokémon per Tausch? Kannst du seinen Spitznamen nicht ändern? Ja, das habe ich gemerkt bei Tarnhell. Danke. Wo das Wasser sauber ist, geben die Früchte eine reiche Ernte. Okay. So, dann bin ich... Hier bin ich reingekommen, genau. Und dann haben wir hier... Hier kann ich wieder zum... Hui. Zum Strand. Hallo. Das Licht ist das Leuchtturm, sieht man selbst aus 10 Kilometern Entfernung. Ich liebe solche Leuchttürme. Es ist zwar nur ein kleiner Leuchtturm, aber ich bin generell ein großer Fan von Leuchttürmen. Ich finde die total schön. Und im Übrigen, was ich auch festgestellt habe, wenn ich auf einer Route bin, wo Trainer ein Rematch haben wollen, dann erscheint dieses Symbol oben auf der Karte. Da kann ich dann draufklicken. Und dann sehe ich dann, wer ganz gerne nochmal gegen mich kämpfen möchte. Was ich ziemlich cool finde. Aber das möchte ich jetzt eigentlich nie in Angriff nehmen. Aber es geht und das finde ich ziemlich cool, dass das direkt angezeigt wird. Man kann, glaube ich, aber auch manuell einfach suchen nach Trainern, die nochmal kämpfen wollen. Oh, das Boot ist da schick, was er da stehen hat. Ja, das mit den Wesen haben wir, glaube ich, auch schon rausgefunden. Und ihr habt überhaupt kein Bett in eurer Wohnung, fällt mir gerade so auf. Ich habe meine von Xenia höchstpersönlich bekommen, den berühmten Wettbewerbsstar. Ob wir diese Xenia auch noch treffen? Wenn die jetzt so extra hier erwähnt wird. Oh, hier steht so ein kleiner Kran. Okay. So. Wird ein von Menschenbau das Gebilde im Meer versenkt, um dort als Lebensraum für Pokémon zu dienen, wird es als künstliches Riff bezeichnet. Ein berühmtes Beispiel dafür ist Seewoge Malvenfroh hier in Höhen. Ah, okay. Gut, dann bleibt uns ja nur noch die Werft plus, ja gut, das Museum, wo Team Aqua jetzt gerade vorsteht und die Wettbewerbshalle. Gut, dann würde ich aber sagen, den Rest von Grafipod City erforschen wir beim nächsten Mal. Wir haben heute eigentlich nicht viel gemacht, außer hier rumzulaufen, aber gut, muss auch mal sein. Dann würde ich sagen, das war's für heute mit Let's Play Pokémon Alpha Saphir. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao, Leute. Ciao.